und herzlich willkommen zu einer neuen runde hand showdown ich war mit der lieben tina im du gegen trio auf der neuen map unterwegs und ab und zu mal gibt es runden die bleiben absolut im gedächtnis weil verrückte sachen passieren und das ist safe so eine runde guckt euch an ich wünsche euch ganz viel spaß und mich über einen kommentar von algorithmus freuen ein like wäre sensationell und die leute die noch nicht abonniert haben worauf wartet ihr denn hat rein viel spaß ok das ufo fehlt scrappy ist hier weißt du weil ich das weiß ja du hast im stream gesehen ja ich kann nicht bringen warum auch immer doch kannst du aber du siehst es nicht moment mal screppy ist gar nicht auf der map wie lust will man sein wir ja ich stopp nochmal die aufnahme und mach neu jetzt ganz ernst gucken jetzt und los martina ich glaube der boss ist irgendwo bei laura oder so ich habe mich kaputt klar wenn der screppy jetzt wirklich auch nicht mehr so weit weg kommen schon die hinweise ich weiß ja nicht aber dir ist es auch nicht aufgefallen dass es der geil auf der map ist oh man bin ich ein blöd mann sorry ich muss eure versammlung auflösen glasfaser wird erst 100 jahren gelegt ich finde die blöd im rahmen auf der brücke oh ja hast du gekriegt 75 du 50 was für dort man nun tut und auf mein Oh, Achtung! Er ist nicht hier. Doch, er ist hier. Ich suche mal Feuer. Ich habe das Gefühl, dass Crytek absichtlich wenig Feuer platziert bei ihm hier. Meinst du? Nee, hier vergiss es, ich hab's. Wo gehen wir denn rein am besten? Vorne? Vorne ist bei dir wo? Hier. Hier ist vorne, da vorne. Und da hinten ist hinten, ne? Da hinten ist hinten, genau. Okay, alles klar. Ich bin sehr schnell. Ich bin da. Yeah! Hier draußen ist ein Eingreif-Drupp. Oh, warte mal. Da greife ich mal rein. Was? Das ist auch ein Eingreif-Drupp. Da kann man reingreifen. Nee, oh, warte, da greife ich mal rein, habe ich gesagt. Achso. Oh, ich habe einen Kunden hier im Laden. Lass ihn mal alleine. Oh, hier, die Hunde, die können wir auch schon vor der Tür lassen. Oh ja. Ja. Hinten rein. Wo ist hinten bei dir? Da hinten. Achso, da hinten gehst du rein. Ich dachte, du gehst hier hinten rein. Nein, nein, ich bin hinten drin jetzt. Oh, okay. Vorne ist, wo man den Unzean riechen kann. Oh Mann, ey. Noch einmal. Oh, der ist weg. Ja, guck mich jetzt so an. Aua, Aua, Aua. Du brauchst die nicht. Ach, die. War weiß. Du weißt schon, dass wir jetzt überall rumgejaule haben hier. Ähm. Aber wir lassen die. Die beschützen uns in unsere Wache, ne? Richtig. Jan, soll ich die Treppen, Konstantin, an? Ja, gerne. Schuss, silenced. Noch ein Schuss, silenced. Hinten die, ähm, würde ich offen lassen. Hinten pass ich auf. Ich würde vorne eines setzen, tatsächlich. Wo vorne? Vorne an dem großen Loch. Ne, da habt ihr ja nur zwei. Vorne ne. Hier passt du auf, oder was? Hier, ja. Hier hinten pass ich auf. Ich glaube, der Schuss kam von mir. Ja. Ich kann hier keine setzen. Ne, dann lass, lass. Aua. Dann setzt hier hinten eine, aber ich würde sie nicht aufklappen, damit man pushen kann, weißt du? Ne. Warum hab ich denn... Aua. Warum... Hä? Was hat mich denn jetzt getroffen? Ist fast unter uns. Ja, die hoffen 50 weniger. Ich sehe nichts. Da ist schon einer drin gewesen. Neun Nade. Zwei Nades. Zwei Nades. Andere stehen im Eingang. Ich bin drauf. Natürlich habe ich jetzt keinen Stachel dort dabei. Mhm. Der hebt den bestimmt da vorne. Ist der drin oder draußen? Der liegt noch. Ich höre irgendeine Leiter. Von hier hinten? Der steht hier neben schon. Der hat, ähm, der ist oben. Der hat die volle entschärft. Meine, ich weiß was. Den. Ich blute. Der muss aus China kommen. Der hat, ähm, das hat ultralange, glaube ich, den Hitmarker bekommen. Die hat keine Heilung mehr. Aber warte. Wo? Jetzt brauche ich die selber. Jetzt gebe ich dir die Heilung. Jetzt gebe ich dir die Heilung. Esther! Wo ist der denn hin? Der steht am Absatz. Am, am Treppenabgang. Man! Hä? Der ist nicht schlecht. Jetzt habe ich dir die große Spritze gegeben. Und nicht mit Lobes mal Möppen, ey. Scheiße. Ich habe sie aber auch gebraucht. Wer ist hier hinten? Mann, Tina. Jetzt habe ich keine Heilung mehr. Ich habe noch 50. Der steht hier, Tina. Mann, das ist aber gut hier! Das bist du! Was machst du? Ich habe keine Ahnung. Ich war, komm! Das ist einfach, dass ich halt richtig getroffen habe. Ja! Ähm, clear! Nice! Eieieiei! Souverän erledigt! Besser kann man das nicht machen! Echt? Chaos pur! Ohne Scheiße! Es war ja fürchtert! Wieso habe ich denn den bereits gelootet? Wann ist das denn passiert? Wolltest du nicht heilen und hast ihn gelootet? Ne, ich glaube, ich habe ihn gelootet. Ach, ne, ich habe ihn gelootet und dann dachte ich hätte ihn nochmal erschossen und dann hätte ich... Ist ja aber egal. Boah, jetzt schwitze ich aber wie sonst was. So, ich habe zweimal Heilung wiederbekommen. Sehr schön. Ich auch, aber ich brauche Heilung. Wir brauchen mal schnellstens irgendwas zum Heilen. Äh... Wollen wir Moses gehen? Moses, ja! Go! Schnell! Nicht, dass hier noch jemand ist. Ich laufe mit 50 AP rum. Im Moment war hier keiner. Wir haben ja keinen Scrappy! Ich dachte, wir haben Scrappy. Ich gehe die ganze Zeit schon aus, wir hätten Scrappy. Nee! Weil... Oh, Gottes Willen, wie komme ich denn da? Achso, ich weiß, warum ich da drauf komme. Aber hier ist keine Heilung, ne? Guckst du mal vorne in den Häuser? Ja. Hier war auch nichts drin. Hier ist einmal Muni noch. Ich habe Muni. Voll. Mein Kunde möchte bedient werden. Ne. Ja, bitte. Doch, hier ist Heilung. Hier ist, ähm... Jäger XP. Die gehen raus. Och, Mann. Das wäre so eine schöne YouTube-Runde geworden. Oder, 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 warte. Ja? Ja, die gehen rüber. Ach, Mann. So, die Runde war doch sensationell. Große Freude. Sehr schön. Das war eine sensationelle Runde. Ja. Also, ich weiß nicht, warum, aber ich möchte... Äh, Tina? Ja? Ich habe nur 50 OP. Ähm, speichere mal deine Kills, bitte. Ja. Es war so bekloppt, dass es eine YouTube-Runde wert war, glaube ich. Das fing schon mal richtig dumm an, eigentlich, in der Runde. Das stimmt, ja. Hier ist der Boss. Ja. Weißt du, woher ich das weiß? Ja. Ja. Und keinem fällt auf, dass er gar nicht hier ist. Oh, Mann. Ach, sind wir Idioten. Ey, ohne Scheiß, ich war die ganze Zeit nur am Heilung... Ich war nur am Heilen da oben drin. Ununterbrochen am Heilen. Ja, man hat ja auch nichts gehört, wo die reingekommen sind. Gar nichts. Und das, das allerbeste war, dass du mir die Spritze in den Arsch gedrückt hast. Ja, ich wollte mich selbst sein, die war runtergeschafft auf 50. Ich höre nur... Ich auch. Ich höre nur so im Hintergrund... Oh nein, jetzt habe ich dir die Spritze gegeben. Ich sage, yeah! Und ich war's da jetzt ganz dumm. Ähm... Ja. Okay. Sind, sind, sind... Ja, das war Medic 2000. Ähm, ohne es zu wissen, hat sich Tina qualifiziert für den neuen Medic. Das war richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, ich war halt echt low und dann hat sie mir die Spritze hinten in den Bobbis gejagt. Das war richtig lustig. Ähm... Ja, normalerweise wäre es eine Runde, die ich nicht hochlade. Weil... Keine Ahnung, mit einem Team gefightet, ähm, da ist halt eigentlich zu wenig Action. Das war... Da war sehr, sehr viel Action, natürlich. Ähm, ich musste mich auch echt Dauer heilen. Ich hatte die ganze Zeit entweder eine Spritze oder einen Verband in der Hand. Und wenn ich das nicht hatte, hat Tina mich geheilt. Das war schon sehr, sehr krass. Ähm... Aber dadurch, dass sie halt so lustig und sowas Besonderes war, habe ich mir gedacht, komm, die schneidest du jetzt für heute direkt. Und, ähm, ja, ich hoffe ja, Freude mit der Runde. Weil das ist so eine Runde, die wird mir, glaube ich, ewig im Gedächtnis bleiben. Es gibt so ein paar Runden, ähm, die habe ich mit Tina, Marc oder Sonja oder Daniel oder so gespielt. Die bleiben mir immer im Gedächtnis. Da kann ich sofort sagen, okay, die in die Runde. Oder die in die Runde. Und das ist so eine Runde, die wird immer im Gedächtnis bleiben. Ähm, schon alleine, weil sie mir die Spritze reingejagt hat. Oder wir am Anfang gedacht haben, da wäre es crappy. Oder ich am Anfang gedacht habe, da wäre es crappy. Ähm, und er war überhaupt nicht auf der Map. Also, super verpeilt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Ähm, denkt am Wochenende. Am Samstag ist mein Handshowdown-Turnier. Ihr müsst einfach nur... Also, ihr müsst nicht, aber ihr könnt einfach nur Stream gucken, ähm, am Samstag, ab 19.45. Und, ähm, da erkläre ich dann alles und dann könnt ihr mitmachen. Ich brauche keine Anmeldung und nix. Und am Samstag verlose ich auch ein Holy Energy. Eine ganze Packung. Ähm, live im Stream. Was gibt's noch zu sagen? Ähm, heute Mittag bin ich ab 14 Uhr wieder on mit der Tina. Wird mich sehr, sehr froh... Wird mich sehr, sehr froh, euch zu sehen. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ab 14 Uhr geht's los auf Twitch, live. Ähm, 1049.de, wie hier heiße ich dort. Ähm, ja, schaltet zahlreich ein. Das wäre sensationell. So, und jetzt, ähm, denkt an meinen TeamSpeak, der ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben wir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber TeamSpeak machen wollt. Root-Server, Game-Server, Web-Server, etc. sucht. Seid da eine super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Nun natürlich Inhaltsstoffe. Mega lecker. Ähm, unten der Link und zwei Rabattcodes. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9.30 Uhr auf YouTube. Wisst ihr Bescheid. Haut rein. Tschüss. Wir sehen uns an.